Herzlich Willkommen zurück zu Overwatch. You need healing. Okay, es geht los. Hat direkt gut reingeballert, ey. Geht schon gut los. Zähne zusammenbeißen. Ich fühle mich wie der Winzer. Ich sichere das Ziel. Nein! Die Sim. Sim hatte noch ein HP oder so. Was hat mein Overwatch gerade gemacht? Hat dich von unten gefilmt? Sexistisch? Ich bin ein bisschen konzentriert. Scheiße. Ich habe sie alle hinten abgelenkt. Unser Team kommt nicht durch. Was lenkt denn das Team vorne ab? Sim. Wow. Und Mei. Sim und Mei können ein ganzes Team aufhalten gerade. Ist so. Die Sim macht das genau richtig, so wie man es mit der neuen Sim macht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das war ein guter Move. Okay. Unser Sim der Feindlichen. Die macht die ganze Zeit solche Moves, man. Die macht den Teleporter hinter uns, kommt raus, brutzelt geht wieder. Erlegt die wahren Realität. Das ist eine doofe Wand. Das ist eine doofe Wand. Das ist ja früher. Das ist eure gerechtigung. Ach. Trottel. Trottel. Vor allem direkt vor der Wand. Boah, was ist denn das für ein Team gerade? Hallo. Wir haben halt keine Tanks, ne? Ja, aber selbst mit Tank kommen wir noch nicht durch, weil die Sim und die Mei dann alles wegmachen. Wir sind zugänglich, dass es jetzt hier kommt. Warum haben wir hierảmend eine Widow? Processed. Reilung Aktiv. Not like this. Llolololololo. Ich bin Janji Old. Die Symmetra ist halt super Hast du gesehen, wie sie durch den Tele wieder abgehauen ist? Ja Ich hab ihr fast Ich hab ihr fast den letzten Shot gegeben Wie schön wir denn da haben? Spiel Symmetra genau richtig Und haut dann direkt ab, wenn's zu krass wird Alter, ist das anstrengend Boah, überall kommen Schüsse her Die sind auch überall verteilt Die sind nicht zusammen Zwei sind auf dem Punkt Zwei sind an der Tür Zwei sind irgendwo in der Mitte Was ist das? So, vielleicht kein Roadhog, ein bisschen Space Cream Einen Kill Gold hab ich Ich auch Silver Damage Mein Gott, immer wenn ich zur Tür komme Ist da auch so ne scheiß Eiswand Das mussten wir immer fürs Rank machen Aber So ne gute Symmetra findest du halt auch nicht überall Die Symmetra ist echt evil, Alter Und dann so ne Pharah, die auch noch gut ist Oh, ich hasse das Smurf-Wochenende Das ist halt wirklich ein Smurf-Wochenende gewesen, ne? Aber die sind nicht Smurfs Ich seh gerade Ich dachte, Pharah wäre ein Smurf, aber ist er nicht Aber als ich mit meiner Freundin gespielt hab, hab ich Werde das für 20 Euro Ja, genau Sie ist ohne Ende Smurfs momentan Das waren jetzt keine Smurfs, aber ich dachte gerade kurz Die Pharah wären ein Smurf, echt Hier, oder Anti-Mion, das ist ein Smurf Oder, naja Ist halt kacke, wenn Blizzard das immer für 20 Euro raushaut, ey Das ist so ein Verkaufen So bringen die das Spiel halt unter die Leute, ne? Ja Was zur Hölle? War das Highlight des Spiels? Ich find's sehr doof, dass man die Profile privat gestellt hat, ne? Ich kann's verstehen, dass es weniger Rank-Geflame gibt und so Deutlich weniger Aber im Quickplay würde ich schon gerne wissen, ob ich gerade von einem Master zerstört wurde Müsste, dürfte ja eigentlich nicht sein, ne? Ja doch, kann ja aber vorkommen Kann vorkommen Dürfte aber eigentlich nicht sein Drei Hemmensprüche in einer Kiste Nice Ich hab auch noch eine Kiste Ah, schade Schon wieder in Nepal? Ich spiele heute nur die gleichen Maps Wir dürfen heute nur in Nepal Und Anubis Heute ist echt Wir spielen gerade zu einer Uhrzeit Das ist nicht gut, Goro Heute ist DPS-Wochenende Ja, DPS-Montag, Alter No Healer And no Tank Dann mach ich mal Brigitte Ist ja beides Da haben wir uns früher immer drüber aufgeregt, dass wir gerne so ein Healer-Tank haben wollten Und wussten nicht, wie man das machen kann Und dann gab's Brigitte Ja, so richtig tanky ist sie nicht Sie ist nervig zu töten, aber Ihr Schild ist halt zu klein Ihr Schild ist halt das mega nervige Sie kann Snipern auf den Sack gehen Weil sobald sie in einem Sniper nah dran ist, kann der Sniper nichts mehr machen Als Hanso scheiße ich mich zum Beispiel ein, wenn da so eine Brigitte vor mir steht Obwohl du hier den Schild kannst Den was? Den Mehrfachschutz Jaja, weil Da komm ich ja nicht durchs Schild mit Und dann kommt da so ein Hemm mit, weißt du Und sobald du im Nahkampf gehst, mit Brigitte bist du eh tot So wie jetzt gerade bei mir Du bist gestunnt Und wenn da noch ein anderer beisteht, bist du weg Ah, trifft der Ball Jawohl Oh, ich wollte dich gerade heilen, ey Alter, was ist denn heute los? DP, DP1 Woche Ist jetzt Motor Wir haben so lange schon nicht mehr Motor Der McQueen trifft mit jedem Schuss Wir wissen nicht mehr, wie es ist Ja, stimmt der Was ist, hä? Das ist, nee Das ist nicht normal Naja, das ist kein Hack Aber das ist nicht auf dem Level, auf dem wir spielen Ja, es ist legit Aber es ist nicht auf dem Level, wo wir spielen Also vom Ranking her zum Beispiel auch Der ist bestimmt nur so über Und hat gerade so einen richtig guten Tag Tja, wenn du als Genji deine Ultime hast und von Brigitte gestunt wärst Im Angesicht des Rückschlags Da hast du echt keinen Bock mehr Wo bist du? Da Gut, ich werf grad Ziel auf den Punkt Sehr gut Die Somba hat gerade ihre Ulti gemacht Aber wo? Für unseren Doomfest Süß Yaki Yaki Yaki, mach Oh fuck Komm hoch zu dir Ich kann nicht weg Mach den Hammond mal Kannst du den Stunnen in der Rolle, ne? Ich hab ihn noch Ich mein nur, dass du den Stunnen kannst, wenn er rollst Ja, ich war gehackt Ich konnte nicht mehr so viel machen als Brigitte Wenn du gehackt bist, kannst du eigentlich nichts mehr machen, ne? Nur noch, äh Versuchen zu hauen Was passiert irgendwie jetzt? Essen heute, wie sieht's aus, Nefi? Weiß ich noch nicht Ich bin alleine zu Hause Was ist da los? Ärger im Paradies Was? Ich sag, was ist da los? Ärger im Paradies? Nö Ist hier schon ausgezogen? Nö Das war's Die sind hier eingezogen Dann zieh ich ein Boah, Männer-WG sagst du Machen wir's offiziell jetzt Boah, da könnte was sein, ne? Was meinst du, was dann los wär, ey? Riesige Streaming-Area Ich sterb nicht mehr Ich nehm gerne Fanarts an, hier Wie unsere Rode aussieht Also eigentlich Die jetzt auch schon, ne? Was will die von mir? Danke Dafür musst du die anderen machen, hier Hang down Nice Geh, da hab ich weggestunt, Junge Hinter ist die Sombra Sombra weg Ich kann dich nicht heilen Ist okay Alles okay, ich kann heilen Boah, habt ihr den Sleep gesehen, Leute? Wie liegt so ein Hamster noch einen Punkt? Dann hab ich gesleep, während der hier rumrollen wollte Voll nice Came in like a wrecking Oh Okay Komm, war hinter mir Stimmt Ja, die hab ich, die war hinter mir Ich hab sie berührt Und dann Gengu Reaper Down Team Kill, nice Oh, man muss nur auf Ana wechseln, Alter Booyah So macht das doch Spaß, Junge So macht das Spaß, Mann Der Hammond hat sich grad in die Mitte gehangen Und wollte rundherum uns immer alle wegschubsen Und ich hab ihn einfach eingeschläfert Und alle haben ihn ignoriert und schlafen lassen So Roll du mal später Der Hamster muss schlafen Ja, Hamster schlafen Hamster müde Hamster schlafen eh Den ganzen Tag Ich weiß gar nicht, warum Hammond ein Hero geworden ist Ja Der macht doch nix Wie viele Stunden schlafen ein Hamster am Tag? 23 oder so? Weiß ich nicht Die sind doch total nachtsaktiv Das ist doch total Der doof wird das doofer Haustier Wenn ein Hamster gepickt wird, muss es nachts werden Warum hast du dir ein Hamster gekauft, Jeff? Vor allem wenn James ein Hamster wäre, wäre er jetzt schon tot Oh Ja Die leben ja nicht so lange Ja, kleine Tierchen Das ist Sünde Oh, ich hasse es Dass Sombra unendlich lange unsichtbar sein kann Das ist eigentlich ganz cool Ich hasse es Ich hasse es Ein bisschen die Würze Ja, die steht dann ewig in der Ecke hinter dir und wartet auf den richtigen Moment Sorry Du bist aber noch Healing, ne? Sombra Ich stelle meine Flaggern, die kommt auf Sworncamp mich Das ist eigentlich eine dumme Kuh, ey Jetzt hat sie gelieft? Was war das denn? Was? Hat sie sich schlecht gefühlt? Oder was war das? Oder war das Karma? Ich hoffe, es war Karma Das läuft doch gar nicht mehr so schlecht Ja, weil die Sombra halt alleine euch da gelassen Nur ein Kratzer, nichts links Und ein Stunt Ich habe alle Anti-Hield Oh, wow Oh, wow Oh, Mann McQueen stunnt dich und McQueen gibt den Headshot, ey Ja Das war das Ich bin enttäuscht Und vor allem, du hast alle gedingt Das war eigentlich relativ gut Ja Ich hätte da nur ein bisschen reindrücken müssen Dann wäre das gar nicht so schlimm gewesen Naja, Essen, worauf hast du denn Bock? Tiefkühlpizza? Ich weiß noch nicht Reste Reste vom Feste Kannst du mal eine Healing raus? Ah, okay Kann ich gar nicht, der Hansu will hier sterben Ich weiß noch nicht, was ich machen soll Ich habe so ein paar Alternativen Ich habe ja für den Der McCree ist nicht total Gestern und vorgestern hatten wir gefüllte Paprika Wir hatten gestern Wraps Ist nicht schlecht, dafür habe ich ihn nicht eingekauft Ich habe noch Karotten-Curry Karotten-Curry Ja Bin ich alleine auf den Punkt? Ja, bist du, ich halte dich gerade Richtig mehr Und dann hatte ich noch irgendwas anderes Irgendwas mit Spaghetti Ich kann mich aber nicht mehr daran Gemüse-Spaghetti oder so Oder, haut das hin? Keine Ahnung Irgendwas mit Spaghetti Waren auch Karotten drin, glaube ich Die jetzt rechts Ständig kommt von rechts Arschvoll Karotten gekauft Auch noch Karotten im Kühlschrank Irgendwas machen die anders jetzt Ich brauche Heilung Ich nehme das Ich brauche Heilung Ich nehme mich die ganze Zeit raus Oh, Hermann ist hinter uns Stimmt, der ist da immer noch Er ist low Er ist richtig low Mein Gott, die Reaper kommt immer von hinten Was ist denn das? Schläft Auf den Punkt Reaper Oh mein Gott Endlich Passieren Dinge Also, Hermann lebt immer noch Wie lange lebt er denn schon? Ja, der rollt immer um sein Leben Und kann E drücken Das ist immer gut bei dem Der kann 1000 HP haben Ich habe ihn kaputt gemacht Er kann sich auf 1000 HP boosten Der Junge Der Hamster Das Hamsterschirn Haben wir da zwei gelieft Oder was? Ja Das war ein Gegner doch von uns Das war ein Gegner tatsächlich Nee, von uns auch einer Stimmt, war bei uns auch einer Was ist die Hölle? Die gewinnen, da habe ich keinen Bock drauf GG, Karsten Best Karsten GG, Karsten Karsten, Karsten Ja Wir verbrochen wir einen Karsten Oh Mich hat auch keiner gegen Karsten Das war doch nice Oh So, was war gut? Die Pharah hat eigentlich ganz gute Arbeit gemacht Eigentlich nicht Oh, jetzt ist Vendry schon weg Wortschreiben GG, Dieter Reinhard war gut Sei ja Das kann ich nicht Dinge Ach schön, ach schön Nee, viel Und wenn es am schönsten ist Soll man aufhören Vielen Dank fürs Zusehen Bis zum nächsten Mal Mad bis zum nächsten Mal Tschüss Mmm öd Bis zum nächsten Mal.